Die Vollgeld-Initiative verwirklicht, was die meisten Menschen heute schon für Realität halten, nämlich, dass unsere Schweizer Franken von der Nationalbank geschaffen werden. Was ist Vollgeld? Vollgeld ist vollwertiges gesetzliches Zahlungsmittel, das von der Nationalbank in Umlauf gebracht wird. Vollgeld sind Münzen und Banknoten. Bargeld macht heute aber nur noch 10% des gesamten umlaufenden Geldes aus. 90% sind elektronisches Geld der Banken. Was ist elektronisches Geld? Das sind die Zahlen auf unseren Konten. Dieses virtuelle Geld kommt nicht von der Nationalbank, sondern wird von den Banken erzeugt. Es ist kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern nur ein Versprechen einer Bank, uns bei Bedarf Bargeld auszuzahlen. Gerät eine Bank in Schieflage, können Kunden ihr Geld nicht mehr abheben. Die Vollgeld-Initiative will, dass neben Münzen und Noten zukünftig auch das elektronische Geld allein von der Nationalbank hergestellt wird. Damit wird das elektronische Geld zu Vollgeld und steht jederzeit zur Verfügung. Auch wenn eine Bank in eine Krise gerät. Die Banken bleiben zuständig für Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung und Kreditvermittlung. Sie können dann aber kein eigenes Geld mehr erzeugen. Wir Schweizer haben 1891 den Banken das Drucken von Banknoten verboten und zur Aufgabe der Nationalbank gemacht. Genau wie damals bei Banknoten wollen wir nun der Nationalbank auch das Erzeugen unseres elektronischen Geldes übertragen. Vom Vollgeld profitieren alle – Bankkunden, Realwirtschaft, Bund, Kantone, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und das traditionelle Bankgeschäft. Die Einführung von Vollgeld ist gut machbar. Es gibt eine ausreichende Übergangszeit und die Nationalbank hat differenzierte Steuerungsmöglichkeiten. Die Vollgeldinitiative verwirklicht, was die meisten Menschen heute schon für Realität halten. Schweizer Franken allein von der Nationalbank. Ja zur Vollgeldinitiative. Die Vollgeldinitiative.